Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Miniberg. Wir machen heute ganz viele leckere Geschenkideen zu Weihnachten aus der eigenen Küche. Und sollen wir mal mit diesem hübschen Kelten hier arbeiten. Er hat jetzt lange genug hergehalten als Schoko-Osterhase und jetzt verarbeiten wir ihn für tolle weihnachtliche Geschenkideen. Wer keinen Osterhasen mehr zu Hause hat, kann natürlich auch normale Tafelschokolade oder Kuvertüre benutzen. Und wir wünschen euch aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr könnt von den Ideen ein paar umsetzen und eure Lieben damit überraschen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.